einfach niederschlagen ich versuche das muss ich noch mal überquetschelf hier dann schlage ich den Niederschlaf ist nicht schlafen ist danach schlag den Nieder und dann geht es mal eben seine Kühe und dann wenn er wieder aufsteht hat er schon nichts gemerkt oder auch schlechter Tübingen Tübingen bis Mitternacht schlafen Tübingen Sitz im Lagerfeuer und Regal die Kühe rausschreuchen zu scheiße es geht denn jetzt ab zu kühlen folgen ich glaube es ist so gut das ist so gewollt das ist bestimmt so gewollt damit ich hier draußen in Ruhe abschlachten kann oder was ey wohin lauft hier? wartet doch mal chillt mal auf euer Leben ja die kann ich jetzt nicht killen ich bin doch behindert wohin lauft die scheiß Kühe ich muss den ah ok da kommt die Kuh wieder hallo was machst du da Kuh Kuh eher nixter Küchen hör auf mit dem Kack bleib gefälligst ok die Kuh habe ich erwischt immerhin ah wo sind jetzt die anderen Hingel ach verdammt da kommen sie und dich auch ach verdammt Kampana mehr oh Gott ich muss die ganzen Kühe hinterherjagen oder was was ist das für ein dreckiger Scheiß er hat sich den Denkack ausgedacht so jetzt stirbt stirbt bitte Kuh oh Gott die Kuh rennt und rennt und da ist sie tot so aufheben ja wegstecken aufheben danke vier Rohsfleisch brauche ich nämlich aber was ist das denn für ein Scheiß Quest wenn ich jetzt wirklich alle Viecher so killen muss ach Gott vor allem weil ich nicht mehr rennen kann ach Gottchen wie bekloppt ist das denn oh da haben wir zwei Ausdauertränke ein Schrecken Eislande Feuerball und äh Münzen Verwandlungstrang Fackel Dietriche ok ja geht ja schneller so so ach hier oben ist die Hütte von den ganzen äh von den äh bitte bitte von den Typen da ich vergesse wie die alle hießen also von den Jägern und wo sind die anderen Kühe hin oh Gott wo sie Kühe finden es dauert eine Kuh ja da unten ist eine Kuh komm mal her genau lauf nein lauf nicht so nein 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 komm zurück oh Gott wie die Steuerung da ist wie das war knapp oh irgendwie hat der was ich weiß nicht genau was mit dem Pfeil und Bogen da ist jetzt müssen wir hin was macht die Kuda hallo Kühe lass dich doch einfach mal töten Alter du willst mich verarschen oder so wie behindert das denn dieser kackdings da feiert so genau so will ich es haben gut das Ding immer noch brennt nachdem es aus dem Wasser geht göttchen Mann ist ja anstrengend so eine Milch und vier Dinger da wo sind die anderen Kühe hin ach komm es waren ja mindestens 10-15 Kühe das waren Fehler das ist auf uns ganz eindeutig ok ganz vergessen Moment kurz auf einem Stopp ihr müsst den Ladebildschirm nicht unbedingt mit sehen Moment mal war es gerade eben noch dunkel ah ne ich habe ja noch ja wenn ich richtig habe noch gar nicht gemacht gespeichert Dingsdorf es gibt Cornelius ähm die Frage ist habe ich irgendwie eine Schriftrolle ja eine Flamme ist schön 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 ok Cornelius Mann was willst du Bürger ok nochmal bis in Mittag Nacht pennen bis Mittag Nacht schlafen Jo was auch immer das gerade war jetzt werden wir mal gucken 3,6 7,8,9,10,11 12 Kühe hat er hier Dusch jetzt läuft er weg so der geht rein perfekt 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 ok quick save auch gar nicht okay jetzt jetzt oder nie sage ich mal denn entweder kriege ich das jetzt hin dass ich die jetzt hier gekillt kriege aber jetzt hin mal für das Team hier da drauf so das hoffe ich mal dass das funktioniert hat so ziemlich überhaupt nicht geholfen würde ich sagen Moment können jetzt bitte mal diese vermaledeiten Kühe sterben so fangen wir doch mal mit die schlafen jetzt alle ja diese bekommen das vor einigen Leute mit ach Gott so eine Idee habe ich noch obwohl die wird auch nicht funktionieren ne ne und die wir gucken noch einmal auf die Hürden wie Hör sofort auf damit ich will alle diese dumm Kür abschlagen verdammt ja wie er merkt schneide ich jetzt immer das Prozent ich schneide jetzt immer das Ding daraus also das Prozent jetzt soll hier schau Leute die sieht mich keiner ja Schaar schneide mal das Prozent Speicher ist doch Gott doch die sie mich verdammt k obwohl hin zum Teufel lauft ihr verdammt Kür okay viele lauft nur hier lang und irgendeine Kuh Sammelstelle oder so ja jetzt ist halber als Kuh 500 Kilometer weg gelaufen da ist sie na komm ich tu dir auch nichts denkste ich hab da nur ihr habt den Pfeil in die Stirn geschossen bleibste jetzt mal Gott neue Aufnahme so ok was haben wir hier eine Metallnantruhe die ist verschlossen Feuerball Tierzähl im Schrecken Blitzschlag Erzverwandlungstrank Goldbrocken Jagdbogen Gegengift und die können wir noch nicht aufknacken okay ich werde hier voll verarscht ich werde hier voll verarscht dafür sind hier ein Schrein der uns aber auch nichts bringt eigentlich hm doch der bringt mir eigentlich schon ah ne noch nicht ich wollte jetzt auf Mana machen aber ich möchte erst alles wissen weil dann kriege ich schnelles Lernen das will ich zuerst machen ja kennt ihr mit Sicherheit noch das schneller Lernen wo sind jetzt die scheiß Viecher hin boah ich krieg gleich zu viel hast du nichts zu tun hm hm hab ich nicht doch deine Kühe abschlafen verdammt so gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit noch an das 5-Dent-Schreiben ranzukommen gibt es nicht nur noch wie bäst ich noch nicht wo Holz du Vielen Dank.